Der Content von Finfluencern auf den Social-Media-Plattformen ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger für die Finanzbildung geworden. Auf den Kanälen informieren sich Tausende von Privatanleger über Geldanlage und finden so einen einfachen und leichten Zugang zum Kapitalmarkt. Worauf du bei einem Finfluencer achten solltest, also wie du Gute und Schlechte voneinander unterscheiden kannst, dazu habe ich mir Margarete Honisch, die unter dem Namen Fortunerlista ebenfalls als Finfluencerin aktiv ist, zum Gespräch eingeladen. Das ist also ein super interessantes Gespräch geworden, wo du eine Menge mitnehmen kannst, auch für deine finanzielle Bildung. Und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Margarete, schön, dass du da bist heute hier in unserem Münchner Studio. Freut mich. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein in eurem schönen Studio, das mal live zu sehen. Ja, du warst ja auch bei unserer Finfluencer-Doku, warst du ja auch schon mal einer unserer Hauptgästinnen. Da hast du ja auch mitgewirkt. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, ist sehr cool geworden. Also freue ich mich sehr, dass ihr da auch an mich gedacht habt. Ja, das war im November 2022, glaube ich, oder so war der Dreh. Ja, das war so mitten im Corona gefühlt oder gerade am Ende. Ja, war sehr aufregend. Also ich glaube, ich war die erste Station, bevor dann diese große Roadshow kam. Ja, wir können mal den Link zum Video nochmal in die Videobeschreibung packen, dann kann man sich sehr gerne nochmal anschauen. Heute geht es ja auch um das Thema Finfluencer, deswegen passt es ja eigentlich auch ganz gut. Ich habe dich eingeladen, weil ich eigentlich drei Themen mal mit dir heute besprechen wollte. Ein Thema ist ja deine Kernkompetenz, Geldanlage für Frauen. Aber die anderen Themen fand ich ganz spannend. Also das einmal so, was ist eigentlich ein Influencer und vor allem auch, woran erkennt man einen guten und einen schlechten? Ja, weil da gab es ja auch verschiedene Meldungen in den letzten Monaten und da wollen wir mal draufschauen und gucken. Ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich und soll ja auch jetzt noch reguliert werden. Ja, da können wir auch drüber diskutieren. Und das andere ist natürlich grundsätzlich Geldanlage. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu deiner Erfahrung und auch zu der Erfahrung, die du mit Nutzerinnen bei dir auf der Plattform machst, erzählen. Gerne. Hast du Lust dazu? Ja, auf jeden Fall. Da hoffe ich. Bin ich jetzt froh? Bin ich jetzt froh? Ja, wenn du jetzt gesagt hast, ich habe keine Lust, dann will ich jetzt aber blöd dastehen. Du, fangen wir doch mal an mit dem amerikanischen Begriff Finfluencer. Ja, also man kennt Influencer, also Leute, die Handtaschen in die Kamera halten und dann Geld dafür bekommen, salopp gesagt. Was ist jetzt ein Finfluencer und was zeichnet dann auch einen guten Finfluencer aus? Das ist eine sehr gute Frage, die ich schon mal gar nicht beantworten kann als erstes, weil ich glaube, selbst die Wissenschaft ist sich da noch gar nicht einig. Also es gibt verschiedene Studien, die jetzt immer wieder zu dem Thema kommen und da sieht man auch, dass da eigentlich alle in einen Topf gepackt werden, die irgendwas mit Finanzen machen und auf Social Media unterwegs sind. Und deswegen, ich glaube, das ist schon mal so die erste Stufe, wie du es schon sagst. Was ist überhaupt ein Finfluencer? Weil es gibt ja die Personen, die klassisch wie Influencer auch einfach ein Produkt vielleicht auch bewerben oder empfehlen. Dann gibt es die, die aber beispielsweise auch viel erklären, aber gar kein Produkt dahinter haben oder so. Und dann gibt es vielleicht diejenigen, die dann auch ein eigenes Produkt da mit vermarkten. Deswegen, und da gibt es auch ganz viel dazwischen. Und deswegen, glaube ich, ist es so ein bisschen schwierig, das mal einzuteilen. Und das fehlt tatsächlich auch diese Einteilung und diese Definition, was ist denn eigentlich ein Finfluencer? Weil, vielleicht kommen wir noch zu der Frage, aber ich persönlich würde jetzt das, was ich mache, gar nicht als Finfluencer-tum sehen. Oder mich persönlich nicht als Finfluencerin. Aber das ist halt eben die Frage, was ist es und was ist es nicht? Und ich glaube, da stehen wir noch relativ am Anfang dessen, wie man das dann definiert. Aber ich finde, es braucht eigentlich mal eine allgemeingültige Definition. Weil man auch sieht, du hast ja auch von Regularien gesprochen, die ESMA. Die hat da ja auch einige Regularien jetzt schon aufgestellt. Aber die Frage ist halt eigentlich, wen betrifft das dann? Und ja, worauf muss ich denn da achten? Vielleicht kommen wir ja noch dazu. Ja, ich finde den Aspekt, den du gebracht hast, sehr spannend, weil es gab mal vor einem Jahr oder so, gab es sehr viele, es gibt es vielleicht jetzt immer noch, aber vor einem Jahr war es für mich sehr präsent, viele Veranstaltungen mit dem Christian Linder, unserem Bundesfinanzminister, wo viele Influencer, Influencer so um ihn gescharrt wurden. Und da habe ich mich dann gefragt, warum wir da jetzt eigentlich zum Beispiel nicht dabei sind. Ja, weil extra ETF, wir machen seit 2008, schreiben wir über ETFs und versuchen den Markt da zu entwickeln. Und haben aber in der Definition von deren Presseabteilung womöglich nicht den Status eines Finfluencer. Ich weiß gar nicht, ob du da auch warst. Bei der ersten Veranstaltung war ich nicht dabei. Gab es überhaupt noch weitere? Ne, also ich war nicht dabei. Bei diesem Finfluencer-Treffen war ich definitiv nicht dabei. War auch nicht eingeladen. Ich habe dazu meine Theorie, wie das zustande kam und wer eingeladen wurde, wer nicht. Aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Ich denke, man ist da nach Reichweite gegangen halt. Also es gab ja auch so Kritik, weil ich glaube nur zwei Frauen anwesend waren und ansonsten nur Männer anwesend waren. Ich denke, man ist da nach Reichweite gegangen, hat sich angeschaut, wo haben wir sozusagen den größten Impact. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch im Urlaub, habe das aber auch im Nachhinein erfahren, dass es dieses Treffen sozusagen gab. Aber das zeigt ja auch, dass dort dann die Definition gar nicht so klar ist. Und es ist anscheinend Reichweite und da kommt es gar nicht so sehr auf Qualität an. Ja, das ist halt die Frage, ja. Und das sieht man ja auch immer öfters mal oder immer häufiger, dass Reichweite auch mit Qualität nicht gleichzusetzen ist. Gerade wenn man sich mal anschaut, so große Kanäle auch auf TikTok, die schnell mal irgendwie so 500.000 Follower generieren können. Oder auch eben, was natürlich auch sehr beliebt ist, ist halt auch dieses Ganze, also was ich so auf so eher weiblichen Kanälen sehe oder wo eher eine weibliche Zielgruppe angesprochen wird. So Themen wie Mindset oder irgendwie so Multilevel-Marketing, also quasi irgendwelche Sachen vermarkten und damit 5000 Euro passiv verdienen können, ohne dass man was dafür tun muss. Und bei Kanälen, die eher vielleicht Männer ansprechen oder Jungs ansprechen, da geht es dann eher halt auch so irgendwie um so schnell Reichweite-Geschichte, wo dann irgendwie dicke Autos stehen. Oder Krypto beispielsweise, auch beliebtes Thema. Ich selbst mag Kryptowährungen, investiere auch schon sehr lange, aber es wird natürlich auch viel Schindluder damit betrieben. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Ein Punkt ist auch, dass viele ja mittlerweile auch ihre eigenen Firmen sozusagen rumgebaut haben. Du hast schon gesagt, eigene Produkte. Bei dir ist es ja auch so, dass du Kurse anbietest und so weiter. Das ist ja dann auch schon auch wieder eine andere Frage. Also ist ein Influencer jetzt nur jemand, der sozusagen auf seinem Instagram-Kanal was postet und da seine Follower hat? Oder ist es nicht vielleicht schon ein Wirtschaftsunternehmen, wo auch mehrere Leute dann schon innerhalb der Firma arbeiten? Es wird alles, es verschwimmt so ein bisschen. Je professioneller und reifer sozusagen der Markt wird, desto professioneller werden dann auch die Teilnehmer. Definitiv. Genau, und bei uns ist es auch so, also als ich vor sieben Jahren angefangen habe, ich habe das nebenberuflich gemacht, klassisch als Blog, wo ich auch über meine Erfahrung berichtet habe, halt wie ich zu dem Thema kam, wie ich investiere, Spartans geteilt habe, was ein ETF ist und so weiter. Und das ist letztendlich recht organisch gewachsen. Also ich weiß, am Anfang bei dem Blog, da kamen irgendwie die ersten Kooperationsanfragen. Ich hatte nicht mal ein Gewerbe dafür angemeldet, weil das habe ich halt eher so als Hobby gesehen und fand das Thema halt einfach cool. Und ich musste die ganzen Kooperationsanfragen erstmal absagen und gesagt so, nee, geht nicht. Rechnung schreiben, wie geht das? Ja, also ich hatte da überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Unternehmerischen so dahinter. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, naja, vielleicht machst du das doch mal. Und es kam eigentlich so bei mir so eins zum anderen. Irgendwann, ich glaube, da war der Blog gerade mal so ein halbes Jahr online und ich hatte da vielleicht so 100 Leserinnen, aber zwei davon waren Lektorinnen beim Pipa-Verlag zum Beispiel. Und die fanden das irgendwie ganz cool, was ich da schreibe, ganz interessant und haben mir letztendlich einen Buchvertrag angeboten. Also halt das, wovon viele träumen, dass man irgendwie einen Buchvertrag bekommt, ist mir sozusagen zugeflogen. Natürlich war da auch viel Vorarbeit dahinter, aber ich habe das jetzt nicht mit dem Ziel gemacht. Dass man ein Buch schreiben kann. Und so kam eigentlich das, ja, eins zum anderen. Durch das Buch sind dann auch die Medien, die Presse auf mich aufmerksam geworden und so weiter. Und ja, und ich habe direkt auch von Anfang an mit Social Media auch gearbeitet und mich da auf Instagram vor allem fokussiert. Weil mein Gedanke war, ich will die Frauen erreichen, die auf Instagram irgendwelche Rezepte suchen oder irgendwie sich für Fashion interessieren, für Beauty, also all die Themen, die ich ja auch selbst gut finde. Aber dem mal zu zeigen, übrigens, da gibt es noch ein Thema, das ist auch ganz spannend, schau es dir doch auch mal an. Und deswegen wollte ich da eben die Frauen vor allem erreichen, die das Thema nicht so auf dem Schirm haben. Ja, und so ist es letztendlich nach und nach gewachsen, weil ich dann auch schnell festgestellt habe, mit Posts allein, mit Artikeln allein, kannst du jemandem halt auch nicht erklären, wie man investiert am Ende des Tages. Das ist dann natürlich doch eine komplexere Thematik, die man, also so schwierig ist es nicht, bin ich ja immer der Meinung, aber wenn man es mal ausführlich erklären will, ist es wahrscheinlich, ist mehr Bedarf da als nur 10 Sekunden da. Ja, definitiv, definitiv. Und auch vielleicht kommen wir zu dem Thema auch noch, was jetzt so vor allem das Thema Female Finance betrifft, also warum brauchen Frauen eine gezieltere Ansprache und eigene Kurse, wo das Thema ja geschlechtsneutral ist. Das kann ich voll verstehen, die Kritik, aber wenn man das einmal so ein bisschen erlebt hat, wenn man es einmal sieht, wenn man sich auch mal mit dem Thema befasst, Studien dazu liest und so weiter, dann sieht man, dass es halt große Geschlechterunterschiede leider gibt. Bei Männern ist es oft so, die lesen gleich ein Buch, schauen sich ein paar YouTube-Videos an und fangen dann an und trauen sich und Frauen haben wahnsinnige Angst davor. Also vielleicht kommen wir später noch dazu, aber man sieht auch da, es geht nicht nur um die Ansprache, sondern auch die Art der Unterstützung, dass man vielleicht auch sieht, ich bin hier nicht alleine, ich kann irgendwie meine Fragen stellen, ich habe da vielleicht noch eine andere Frau, die ist einer ähnlichen Situation, mit der kann ich mich austauschen. Und das ist einfach super, super wichtig, weil diese finanzielle Selbstwirksamkeit, also dieser Mut, einfach selbst zu starten, nicht so ausgeprägt ist, nicht so weit bei vielen Frauen, wie es oft bei Männern einfach der Fall ist. Das würde ich nachher gerne noch vertiefen. Ich habe eine Frage mir nämlich aufgeschrieben, die wollte ich nochmal explizit zu dem Thema Finfluencer dich fragen. Könntest du definieren oder so ein paar, sagen wir mal, Merkmale nennen, woran man einen guten und einen schlechten erkennt? Also sprich, weil ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, du folgst dir jemanden, keine Ahnung, der macht regelmäßig Content, irgendwie findest du dich vielleicht auch lustig, ja, aber dann ist es vielleicht, er verfolgt ja nur eigene Interessen und gar nicht so sehr quasi so, er hat vielleicht andere Interessen, sagen wir mal so, als die reine Information. Ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, mir anzustauen, das ist das Interesse. Also ist es jemand, der das als Hobby macht, zum Spaß macht, ist es jemand, der mit Affiliate-Marketing arbeitet, ist es jemand, der ein Produkt damit vermarktet? Also wir machen Social Media, Social Media ist von uns ein Betriebskanal, also das heißt, wir nutzen das natürlich auch, um aufzuklären, aber am Ende des Tages, ich meine, das kostet auch Geld, das weißt du ja selbst, wenn man so Marketing betreibt, auch auf Social Media, das muss sich natürlich irgendwo auch rentieren. Das heißt, wir machen das eben, um auf das Thema aufmerksam zu machen, um auf unsere Website aufmerksam zu machen, auf unsere Produkte aufmerksam zu machen und natürlich auch Vertrauen zu gewinnen, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie Nagellack in die Kamera halte und sage, hier, kauf dir den, der ist ganz toll, kostet 10 Euro und wenn der dir nicht gefällt, dann schmeißt den halt weg, sondern es geht ja um was, es geht ja um die finanzielle Zukunft von diesen Menschen. Deswegen ist es ja wichtig, auch so Vertrauen aufzubauen. Aber natürlich sollte ich schon wissen, womit verdient diese Plattform ihr Geld, weil die wenigsten machen das als NGO, sondern wollen natürlich auch irgendwo Geld verdienen, auch für die Zeit und die Mühe, die man da investiert. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, sich das mal anzuschauen, weil dann kann ich natürlich selbst diese ganzen Inhalte auch besser einordnen und einsortieren. Worauf ich auch auf jeden Fall achten würde und was man niemals machen sollte, ist halt einfach irgendeine Produktempfehlung nehmen und umsetzen. Wenn da irgendjemand sagt, der ETF ist toll, die Aktie ist toll, dass man dann darin investiert. Und das ist etwas, was ich extrem alarmiert finde, weil ich das immer erlebe, dass wir ganz viele Nachrichten bekommen oder Kommentare oder so von wegen, welchen ETF empfiehlst du denn? Das ist halt einfach, also da bin ich immer schockiert, dass jemand wirklich einfach, also ich sehe nicht mal die Mühe machen will, sich mal ein bisschen da in das Thema einzulesen oder so, sondern jemand letztendlich Fremdes, dann einfach vertraut so weit, dass die finanzielle Zukunft davon abhängt. Vielleicht verliere ich mein Geld oder entwickelt sich das gut, dass man so jemanden diese Frage stellt. Und also da würde ich auf jeden Fall davon abraten, weil wir wissen halt alle nicht, was sich gut entwickelt wird. Wobei das ja noch gar nicht vielleicht so dramatisch wäre, wenn du jetzt sagen würdest, nimm den ETF, weil da kann jetzt nicht so viel kaputt gehen dabei, sage ich jetzt mal. Was anderes wäre, wenn du sagen würdest, mach mal hier in Zypern ein Konto auf und folge meinen Trades, wo dann richtig viel Geld durch die Mühle gedreht wird sozusagen. Ja, da kann ja viel mehr passieren. Ja, das stimmt. Das stimmt aber einfach so jetzt aus Sicht der Konsumentin und des Konsumenten, also finde ich das einfach fatal. Und dann sieht man auch, dass es einfach an finanzieller Bildung fehlt. Und also ich hoffe, dass das wirklich niemand macht, einfach blind irgendeinen Tipp befolgen, sondern sich da wirklich selbst die Mühe machen. Wie gesagt, es geht ja halt um was. Es ist jetzt nicht so, okay, der Nagellack hat mir nicht gefallen von der Influencerin, die sie empfohlen hat oder das Parfüm hat doch nicht so gut gerauchen. Habe ich halt Pech gehabt. Gibt es so Red Flags, wo du sagst, also wenn das passiert, dann auf jeden Fall Stopp, Hilfe nicht zu entfolgen am besten oder noch? Ja, alles, wo es um schnell reich werden, Geschichten geht. Weil ich meine, der stellste Weg, um arm zu werden, ist zu versuchen, schnell reich zu werden. Und ich glaube, dieses Geheimrezept, das haben wir alle nicht. Also von daher, sobald es darum geht, irgendwie, ja, ich mache dich in sieben Jahren zum Millionär oder zur Millionärin, ja, oder halt eben nichts tun und passives Einkommen generieren. Weil es gibt kein passives Einkommen, ohne dass ich was dafür tun muss. Entweder habe ich das Kapital dafür, dass ich das investieren kann oder ich muss halt vorher wirklich den Arsch hochkriegen und verdammt viel arbeiten, bis dann irgendwann passives Einkommen daraus generiert wird. Aber so das, was ich eben auch oft sehe momentan, was so gern vermittelt wird, so hey, du musst gar nichts tun und folge ich hier einfach meinen Tipps und dann kriegst du 10.000 Euro im Monat passives Einkommen. Also alles das, ja, wo es darum geht, irgendwie schnell reich zu werden. Und das andere ist, wenn ich es nicht verstehe. Weil letztendlich beim Thema Finanzen nichts ist so kompliziert, dass man es nicht irgendwie einfach erklären kann. Und wenn mir das jemandem nicht so erklären kann, dass ich es nicht verstehe, dann steckt da, also dann ist da irgendwo der Wurm drin. Weil letztendlich kann man auch alles leicht erklären, woher eigentlich das Geld dann kommt oder die Zinsen oder die Renditen. Es ist oft so, dass einseitig erklärt wird. Also dass man zum Beispiel sagt, eine Aktie, toll, da kannst du im Unternehmen beteiligen, da kannst du Geld verdienen, dann bist du beteiligt, kriegst Dividenden. Und dann sind die 10 Sekunden, sage ich mal, rum. Aber du hast auch ein Risiko, wenn du auf eine Einzelakte setzt. Also die Risiken sozusagen, die werden dann vielleicht verschwiegen. Ist das oftmals so? Ja, wobei ich gar nicht jetzt auch aus eigener Handlung heraus gar nicht sagen würde, dass es verschwiegen wird, sondern es ist auch echt schwierig, alles abzudecken. In so einem Post oder in so einem Video. Von daher, ja, ich glaube, manchmal ist es vielleicht, dass man es verschweigt. Und andernmal ist es halt einfach so, okay, du hast irgendwie, wie viel Zeit haben die Leute, dass sie überhaupt noch aufmerksam sind. Wir gehen ja so Richtung Goldfisch-Aufmerksamkeit. Ich glaube, Goldfisch ist ja bei zwei Sekunden. Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon so langsam. Also entweder du catchst die Leute in diesen drei Sekunden und die bleiben dran oder die sind halt weg. Und dann will sich keiner heutzutage ein Zwei-Minuten-Video anschauen auf Social Media. Deswegen, was packt man da rein? Das ist halt immer so eine Abwägung. Was willst du vermitteln? Willst du irgendwie die Angst davon nehmen, dass man sagt, okay, langfristig betrachtet hatte der DAX immer die und die Rendite. Ja, und wenn du dann aber noch anfängst zu sagen, aber es gab auch schlechte Jahre und dies und jenes und Bulle Bär, dann bist du halt irgendwann irgendwie bei zehn Minuten. Das interessiert dann keinen mehr. Also deswegen glaube ich auch, ist Social Media nicht der richtige Ort, um sich wirklich Wissen anzueignen. Das ist super, um auf Themen aufmerksam zu werden, um vielleicht die Angst davor zu verlieren, um so ein bisschen besseren Zugang dazu zu bekommen und vielleicht auch mal sich auch mal über Neuigkeiten zu informieren. Sowas steht an, irgendwie Grundfreibetrag wird erhoben und so weiter. Aber was sind da die Möglichkeiten, um sich zu informieren? Ist es das Buch nach wie vor? Ja, ich glaube, bei manchen Themen ist es das Buch. Bei Kryptowährungen weiß ich nicht, ob da ein Buch was hilft, weil sobald das gedruckt ist, ist es nicht mehr aktuell. Aber ich denke schon, es gibt mittlerweile auch gute Quellen, sei es jetzt auf YouTube, sei es jetzt, das sehe ich eben auch im Buch, sei es im Kurs, im Seminaren, im Workshop. Also ich denke, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, wer will, kann sich das Thema selbst aneignen. Das habe ich auch gemacht. Aber nicht jeder ist in der Lage dazu. Und das sehen wir halt eben auch in unserer Arbeit. Und manche wollen sich das auch gar nicht selbst aneignen, sondern wollen halt diesen Fahrplan, wollen die Abkürzung und sagen, okay, ich starte hier und dann weiß ich, in Woche acht investiere ich, habe meine Anlagestrategie und lege los. Aber es ist, glaube ich, so eine Typfrage auch, was ich da nutze für ein Medium. Also kann ich mit Videos gut lernen oder lieber mit einem Buch? So ein bisschen wie mit der Abnehmenspritze. Lieber eine Spritze, wenn man nimmt ab, anstatt jeden Tag oder mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das stimmt. Und diese Abnehmenspritze, die würde ich so ein bisschen fast mit so einer Honorarberatung oder so einer Beratung grundsätzlich bei der Bank so ein bisschen vergleichen. Weil du hast ein Problem, du gehst hin und das Problem wird schnell gelöst. Aber wenn es dann irgendwie einen Crash gibt und du hast keine Ahnung, warum und was da passiert und ist das jetzt was kurzfristiges oder jetzt eben, was wir dieses Jahr erlebt haben, Anfang August, muss ich mir da wirklich Sorgen machen oder kann ich entspannt bleiben. Das sind ja Sachen, wenn du in eine klassische Bankberatung gehst, dann wirst du in der Regel nicht darüber informiert, dass du das ein bisschen einschätzen kannst, dass du lernst, worauf wirken sich dann Aktienkurse aus oder andersrum, wie, ja, dass es einfach von Angebot und Nachfrage zusammenhängt, dass da noch viel Psychologie mit dabei ist. Dann, wie wirken sich Zinsen auf Aktienanleihen aus? Also all diese Sachen, die weißt du ja nicht und kannst es dann vielleicht auch schlechter einschätzen. Wirst dann im worst case nervös, verkaufst dann, wenn dann irgendwie so ein, das war im August kein Crash, aber wenn dann mal so ein bisschen Panik und Unsicherheit herrscht und dann startest du wieder von vorne. Das heißt, diese Beratung funktioniert so lange, wie bei der Abnehmspritze, solange du es nimmst. Aber wenn du damit aufhörst, dann hast du ja trotzdem das Wissen. Das ist nicht nachhaltig dann. Ja, genau. Also ich finde, dass die Basis, das kann sich wirklich jeder und jeder selbst aneignen. Sollte man eigentlich auch tun, weil selbst dann kann man noch in die Bankberatung gehen und weiß dann, ist das jetzt in meinem Sinne und weiß auch, welche Fragen man stellen muss. Und viele trauen sich da ja schon mal gar nicht, welche Fragen zu stellen, weil, oh Gott. Ist ja auch eine komische Situation, dann vielleicht so ein Beratungsgespräch, wenn man zum Notar geht, dann ist es ja auch irgendwie so komisch. Also ich meine, der ist ja immer in der Regel freundlich oder der oder die. Wie sind Cappuccino? Genau, aber trotzdem, man sitzt da und dann sitzt der Notar und dann wird einen Vertrag vorgelesen. Das ist ja eine komische Situation. Da muss man sich dann aber halt auch einfach trauen zu fragen. Total, das ist so wie der Respekt vorm Arzt geht schon auch. Ich habe noch mal eine Frage, weil du vorhin das Thema ja Aufklärung und auch Transparenz und so weiter gesagt hast. Wie sind denn eigentlich die Regeln von einem Influencer, wenn der irgendwas postet? Also wenn eine Werbung, also wenn es eine bezahlte Werbung ist, dann muss das wahrscheinlich kenntlich gemacht werden. Wie sehe ich das auf Instagram? Wie sehe ich das zum Beispiel auf YouTube? Weißt du das? Oder musst du ja selber auch teilweise einhalten damit. Ja, also ich muss sagen, wir machen, wir hatten jetzt in dem ganzen Jahr nicht eine einzige Kooperation zum Beispiel. Das machen wir schon sehr, sehr, sehr wenig. Aber wenn, dann habe ich idealerweise den Partner auch verlinkt. Da gibt es ja mittlerweile zum Beispiel bei Instagram, kann ich das ja auch kennzeichnen. Bei YouTube, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das kann man auch taggen, dass es auch irgendwie als gesponnt wird. Ja, da wird dann am Anfang eingeblendet, Werbe oder enthält Werbung oder irgendwie so. Genau, genau. Also darauf sollte ich schon auf jeden Fall achten. Wenn es sauber gemacht ist, dann sehe ich schon schnell, dass es Werbung ist und Anzeige ist und nicht vielleicht irgendwo so ganz klein in der Ecke, sondern halt gut sichtbar. Weil letztendlich muss ja, nur weil es Werbung ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwie deswegen nicht vertrauenswürdig ist. Also idealerweise, es kommt natürlich darauf an, wer steckt dahinter. Aber, also die Kooperation, die wir bis jetzt gemacht haben, das sind auch Sachen, wo ich zu 100% gesagt habe, das finde ich gut, das nutze ich selbst. Weil ansonsten schadest du dir ja auch schnell selbst. Ja, das kann man ja auch selber steuern, wenn man sagt, also zum Beispiel jetzt bei uns, wir arbeiten natürlich quasi mit allen ETF-Anbietern zusammen. Da gibt es jetzt, also da sind alle irgendwie gut und da freuen wir uns natürlich über jeden Partner. Aber so vom Grundsatz her würden wir jetzt mit einer Krypto-Plattform, die uns nicht seriös erscheint, eher weniger wahrscheinlich das machen. Das passt dann auch nicht zu unserer Zielgruppe. Ja, genau, also natürlich was ist so der Fit und so, aber also idealerweise, eigentlich sollte ich auch, wenn ich vielleicht nicht so eine große Medienkompetenz habe, schon schnell sehen, dass das Werbung oder eine Anzeige ist oder so. Und ansonsten, was die Regularien betrifft, also die erstmal, die hat da jetzt was auch rausgegeben, weil du hast ja schon gesagt, es soll ja auch stärker reguliert werden. Also, ehrlicherweise finde ich, die Regularien greifen gar nicht so weit, also ich glaube, da könnte man noch mehr machen. Beispielsweise, dass man keine konkreten Produkte empfehlen darf, also dass man jetzt nicht sagen kann, ich habe jetzt die und die Aktie aus dem Grund gekauft und ich gehe davon aus, dass die jetzt im nächsten Jahr um 10 Prozent steigt oder 20 oder so. Wobei, also diese Regularien sind draußen, aber eigentlich, wenn wir da eh Richtung Anlageberatung, also eigentlich darf es das eh nicht geben. Von daher ist es, ja, es ist halt einfach ein neues Feld und das, finde ich, merkt man schon auch politisch gesehen, dass da auch noch viel Unsicherheit herrscht und alles auch sehr langsam vor sich geht. Aber, also, Produktempfehlungen sind definitiv verboten und darauf sollte ich eben auch achten, dass ich das auch nicht annehme, auch wenn ich das irgendwo sehe. Ich habe da ja eine ganz eigene Meinung, ich bin ja absolut der Gegner von Regulierung, weil das alles nichts bringt, weil die schwarzen Schafe, die machen es ja trotzdem. Die sitzen halt irgendwo anders, aber spielen halt trotzdem auf Instagram oder was ihre Posts aus. Und Regulierung macht in dem Fall halt einfach aus meiner Sicht dann keinen Sinn, sondern ich muss die Leute, da waren wir bei dem Thema am Anfang, befähigen, selbst das zu verstehen und fit zu machen. Und ich kann halt, ich kann alles wegregulieren. Ich kann alles regulieren und trotzdem wird es Finanzbetrüger geben, trotzdem wird es Scharlatane geben, weil die schwarzen Schafe sich ja eben nicht an die Gesetze halten. Und ansonsten, was passiert, alle die, die guten Content kreieren, alle die wirklich was bewegen und natürlich ist nicht vielleicht immer alles, ich nenne es jetzt mal Ast rein, weil vielleicht erwähnt man dann mal einen ETF oder mal eine Aktie oder so. Aber es ist immerhin noch besser, als wenn jetzt mal irgendwie eine komische Krypto-Follower-Strategie auf Zypern pusht, sage ich jetzt mal. Da kann man ja wirklich Geld verlieren. Das stimmt. Ich finde es halt blöd. Regulierung macht ja Sinn in manchen Sachen, aber in diesem speziellen Sinn, Finanzen macht es, da ist genug reguliert aus meiner Sicht. Finanzberatung hast du ja auch schon gesagt. Und dann ist es halt einfach besser, die Leute eher fähig zu befähigen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen und das zu verstehen, zumindest die Grundlagen zu kennen. Dann brauche ich das nämlich nicht. Absolut richtig. Und da sind wir bei der finanziellen Bindung ja in Deutschland schon noch, da könnte auch mehr gemacht werden, dann könnten wir auch besser sein. Definitiv. Und anderer Punkt, den du auch sagst, mit diesen schwarzen Schafen. Also das ist natürlich auch etwas, weil, wie du schon am Anfang meintest, ja, was ist ein Influencer und so weiter. Und ich weiß noch, als ich so die ersten Interviews auch hatte mit dem Spiegel oder Wirtschaftswoche oder Handelsblatt, da vergeht erstmal eine halbe Stunde, dass man erklärt, was wir eigentlich machen und was unser Ziel ist und so weiter. Und dass man sich da erstmal so ein bisschen, dass man so ein bisschen zeigt, ja, wir sind auf Social Media unterwegs, wir machen was mit Finanzen, wir bieten Kurse an, aber wir sind halt auch seriös. Und das dauert halt erstmal, bis man an den Punkt kommt, weil man natürlich dann schnell, ja, also ich glaube, für Influencer, meine Wahrnehmung ist, dass es doch eher negativ behaftet ist in Deutschland. Dass man sich ja denkt, okay, gut, dass jetzt jemand will irgendwie schnell Geld verdienen mit irgendwelchen Dingen. Aber, ja, deswegen. Und ich glaube, was ganz wichtig wäre, ist auch zu wissen auf Social Media, wer steckt eigentlich dahinter? Das weißt du ja auch oft nicht, wenn du jemandem folgst, wer steckt denn dahinter? Ist das eine Einzelperson, ist das ein Unternehmen? Oder steckt sogar irgendeine Bank dahinter und man weiß es gar nicht? Ja, man muss auf jeden Fall im Interessum spätestens da mal nachschauen, wenn ein Star ist. Ja. Aber ich habe immer so ein Beispiel, ich habe mal irgendwann mal eine Doku gesehen im Rahmen von dieser Wirecard-Thematik. Ja, und da wurde dann ein Rentner eingeblendet und für den tut es mir furchtbar leid. Aber der hatte dann gesagt, ich habe mein ganzes Geld, meine gesamte Altersvorsorge in Wirecard-Aktien investiert und es waren 75.000 Euro. Dann habe ich mir nur gedacht, Mann, ist der bescheuert. Also es tut mir furchtbar leid für ihn, aber das geht halt nicht. Und wenn ich halt einen bestimmten Betrag habe und selbst wenn da 100 Leute mir erzählen würden, das ist ein todsicherer Tipp, ich kann es halt nicht machen. Ich kann ja auch nicht ins Casino gehen und sagen, jetzt setze ich mal alle auf Rot, weil zehnmal hintereinander schwarz gekommen ist. Das kann halt nochmal ein elftes Mal schwarz kommen. Und wenn dieses Grundverständnis nicht da ist, mein eigenes Risiko irgendwie abzuschätzen, dann bringt Regulierung nichts. Weil die Folge wäre ja, also wäre der Herr in eine Bank gegangen, dann hätte er eh schon diese ganze Regulierung, Beratungsgespräche und so weiter durchlaufen. Und der Berater hätte hundertprozentig gesagt, sind Sie sich sicher, dass Sie das alles jetzt machen wollen? Dann hätte er unterschrieben, ja bin ich. Und wenn er es bei einer Online-Bank gemacht hätte, da sagt er ja von vornherein, ich bin Selbstentscheider, ich treffe meine eigene Anlageentscheidung. Und danach dann sozusagen aufzutreten und sagen, ich habe wegen Wirecard den Betrügern ein ganzes Geld verloren. Unabhängig, dass das schlimm ist und unabhängig, dass es auch Betrüger sind. Aber das darf halt einfach nicht passieren. Das stimmt. Das darf nicht passieren. Was ich daran so schade finde, weil es gab ja ganz viele Artikel so in der Richtung, ich meine, ich habe auch von Wirecard investiert und natürlich alles verloren. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen nachgekauft, als die Aktien auch gegeben hatte. Aber ja, wie du sagst, wenn man frei investiert ist, dann kann man das ja auch alles gut wegstecken. Aber ich habe diese ganzen Artikel auch gelesen. Und was ich dann mal so schade finde, ist natürlich, klar, das sorgt ja auch für viele Schlagzeilen und so weiter. Aber es gibt dann nicht diese Artikel, die dann sagen, ja, da hat jetzt irgendwie die Hannelore 40 Jahre lang investiert irgendwie mit 7% Rendite im Durchschnitt und geht jetzt irgendwie auf Kreuzfahrt. Wohlhaar mit Rente, macht eine Kreuzfahrt und so. Das ist halt nicht so interessant. Und dann lesen die Leute immer nur so, okay, Telekom-Aktie abgestürzt, Leute alles verloren, Wirecard abgestürzt, alles weg. Dann natürlich die ganzen Börsen-Crafts, die es ja auch in den letzten Jahren gab oder auch, wo es mal so ein bisschen runterging einfach. Und das ist immer so schade, weil es natürlich immer so negativ betrachtet wird. Und wir ja eh in Deutschland so eine wahnsinnig schlechte Aktienkultur haben, wenn man sich mal so den internationalen Vergleich anschaut. Und da wünschte ich mir schon, dass man da auch, dass vielleicht auch die Medien da auch ein bisschen mehr mitziehen würden und auch die Leser und Leser ein bisschen stärken würden. Ja, das ist so, Verbrauchermagazin warnt dann eher, als wie positiv andere Fälle sozusagen herauszustellen. Ich habe kürzlich auf LinkedIn einen witzigen Post gesehen, ich habe die Zahlen leider nicht mehr ganz genau im Kopf, aber die Kernmessage war, alle Mitarbeiter von NVIDIA, wie viel Vermögen die haben. Im Schnitt haben die so eine Umfrage gemacht innerhalb der Mitarbeiter und wie viel jeder Mitarbeiter Vermögen hat. Und da gab es richtig viele, weil die haben gar nicht so viele Mitarbeiter, aber es gab sehr viele, die über die Millionen Euro Vermögen hatten, weil die Aktie ja so gestiegen ist. Auch so ein paar mit 15, 20 Millionen Euro, das fand ich ganz lustig. Ja, das sind auch immer so die Sachen, die man sieht, wenn du 10.000 Euro in die und die Aktie investiert hast, hattest du heute das und das und so. Und das weckt natürlich Träume und so weiter, aber am Ende des Tages ist das halt einfach die Ausnahme, muss man halt auch sagen. Und der Rest ist aber auch nicht so schlecht, wenn ich 7, 8 Prozent Rendite habe, weil ich in Aktien-ETFs investiere oder dann 5 bis 6, weil ich dann noch mit anderen ETFs, weil ich das noch beimische, das reicht halt vollkommen aus, wenn ich genug Zeit habe. Beim Marathon ist es so, wenn ich starte und konstant laufe und dann komme ich hoffentlich irgendwann mal an, wenn ich von Anfang an zu schnell laufe, dann geht mir irgendwann mal die Puste aus und dann komme ich nie an. Richtig. Und so muss das bei der Geldanlage ja auch sehen. Genau, Marathon, kein Sprint. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den nächsten Themenblock, ja, das Thema Geldanlage. Und du hast ja bei dir diesen Kurs, wo sich dann, sind das eher Neueinsteiger, also sprich, die wirklich keine Erfahrung haben oder sind da schon Leute, die vielleicht nur nochmal eine zweite Meinung oder nochmal vertiefen wollen? Das ist echt interessant, weil wir haben das von Anfang an nicht getrackt und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass dann immer mehr erzählt haben, so ja, ich investiere schon in MSCI World und habe dies und das. Und seitdem machen wir auch so Umfragen, also seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Es ist ungefähr 60 Prozent Anfängerinnen, die noch gar nicht investieren und tatsächlich so 40 Prozent, die irgendwie schon investieren. Sei es, dass die einfach mal angefangen haben mit einer App, Werbung gesehen haben, App runtergeladen haben und sie haben gedacht, okay, ich mache jetzt mal was, aber eigentlich habe ich nichts richtig an, was ich hier mache. Oder auch ganz oft den Fall irgendwie, ja, der Vater hat gesagt, hier, kauf mal die Aktie und dann, ne, schau mal, was passiert. Wirecard. Auch Lady Wirecard. Aber halt so, ja, die dann doch irgendwie was machen oder ganz viele, die irgendwie einen aktiven Aktienfonds haben, also die wissen, ich investiere, aber A, nicht wissen, worin sie investieren, B, teilweise gar nicht wissen, was Risiko und Rendite, wie die im Verhältnis stehen, wissen nicht, was die Gebühren sind und wissen auch nicht, wie sie an das Bild wieder rankommen können. Also solche Fälle haben wir auch. Also es ist eigentlich alles dabei, aber auch viele, die bereits investieren. Und wie gehst du dann vor? Also vielleicht, jetzt waren wir so oft schon in einzelnen Bereichen, wie ist denn da so der Anfang? Also jemand kommt bei dir auf die Webseite und was passiert dann? Ja, also wenn die Person sich für den Kurs entscheidet, was wir immer machen, also was für uns auch wichtig ist, ist so dieser Community-Gedanke eben, dass die Frauen nicht alleine sind. Also letztendlich, wir machen ja Erwachsenenbildung. Deswegen, wenn bei uns eine Frau sagt, hey, ich will, dass die Inhalte haben, aber ich habe keinen Bock, mich auszutauschen, kann sie das auch machen. Aber ansonsten gibt es dann so einen Kick-Off, wo sich die Frauen untereinander kennenlernen können. Dann machen wir so ein Speed-Dating, alles digital. Ich wollte gerade sagen, also nicht physisch, digital. Genau, alles digital. Dann haben wir auch so Buddy-Gruppen, da sind die Frauen zu viert in einer Gruppe, damit sie sich untereinander auch austauschen können. Da sind wir auch raus. Also ich weiß nicht, worüber die da sprechen, sondern die sollen da in Ruhe sich austauschen können. Und dann haben wir immer diese Live-Sessions, wo dann manchmal Gruppenarbeiten sind, manchmal was besprochen wird. Manchmal haben die eine Hausaufgabe, wir besprechen das. Oder sie können halt Fragen stellen. Genau, und so durchlaufen. Die Teilnehmerinnen ziehen Wochen letztendlich mit uns und es sind acht Module, es fängt an mit dem Thema, und das Wort mag ich gar nicht, Money Mindset. Weil da denkt man immer so, okay, das ist irgendwie so etwas Esoterisches. So, ja, irgendwie so, du musst deinen Wunsch ins Universum hinausstreuen und dann wirst du schon reich. Damit hat das nichts zu tun, aber ich habe meine Masterarbeit beispielsweise darüber geschrieben, wie Frauen ihre finanziellen Entscheidungen treffen. Und da habe ich schnell festgestellt, dass bei Frauen, also wenn man sich so Finanzkompetenz anschaut, dann hat man eben das Finanzwissen. Also, dass ich weiß, was ist ein Zinseszins, was ist Inflation, was ist eine Rendite, was ist eine Aktie. Dann natürlich diese Fähigkeiten, also dass ich in der Lage bin, das umzusetzen, ein Aktiennippo zu eröffnen und so weiter. Und ein dritter Baustein ist aber diese finanzielle Selbstwirksamkeit, also quasi das ist das Money Mindset, dass ich mich traue auch anzufangen, dass ich mir das selbst auch zutraue, dass ich das kann. Und da gibt es laut Studien halt einfach die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also, was ich eben am Anfang auch meinte, Männer würden einfach losziehen und machen und Frauen warten und warten und warten und machen am Ende gar nichts. Und deswegen nehmen wir das eben auch mit auf und da haben wir auch eine Trainerin positiver Psychologie, die hat so ein bisschen auch noch da mental unterstützt, aber das ist der Start. Und dann gehen wir eigentlich von Rentenlücke, Anlageklassen, Risikoprofil, Anlagestrategie bis hin zur Umsetzung, alles durch. Und erst in der vorletzten Woche investieren die Frauen dann auch und davor kommt das Thema ETFs dran, also sehr, sehr spät. Und dann zum Schluss kriegen die ja noch so ein bisschen Infos, was mache ich denn jetzt damit eigentlich, wie mache ich mein Rebalancing, was gibt es für Entnahmestrategien. Und ja, und dann Ziel ist es, dass wir wirklich während dieses Programms anfangen zu investieren. Und dann, du hast ja dann keine eigenen Finanzprodukte, das heißt, du sagst ja einfach, hier sind Broker, da kannst du es machen, das wären ETFs, wo man es machen könnte. Oder gehst du gar nicht so sehr auf die Produkte wahrscheinlich, sondern sagst ja nur weltweit und so. Ja, also was jetzt die Broker betrifft, da ist es so, also zunächst einmal suchen die sich ihre Anlagestrategie aus, also oder noch einen Schritt zurück, zwei Schritte zurück. Erstmal lernen sie, was für Anlageklassen gibt es, was sind Aktien, was sind Aktienfonds, aktiv, passiv, Anleihen, was gibt es für Anleihenarten, Gold, Rohstoffe, Krypto. Also was will ich da haben, was sind die Vor- und Nachteile jeweils, weil es gibt halt nicht diese, wie nennt sich das, eiligende Wollmilchsau, dass ich sage, ich will gar kein Risiko und eine fette Rendite, sondern, dass die schon mal verstehen, okay. Da gab es schon einen Wirecard. Dass die halt so verstehen, okay, wie kann ich das so ein bisschen ausbalancieren und dann sprechen wir über das Risikoprofil. Da haben wir zum Beispiel so einen Test von ganz renommierten Wissenschaftlern, wo es um die Risikobereitschaft geht, dass die das halt selbst so für sich herausfinden können, wie ist meine Risikobereitschaft, wie ist meine Risikokapazität, aber dann eben auch so den metallen Faktor natürlich, wie geht es mir denn jetzt, wenn jetzt wirklich mal irgendwie ein Crash kommt. Wobei meine persönliche Meinung ist, das weiß man erst, wenn es so weit ist. Also du kannst die ganzen Szenarien halt im Kopf durchgehen, aber das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du dann dein Aktien-Depot öffnest und es ist tiefrot, dann weißt du erst, was du für ein Risikotief bist, glaube ich zumindest. Und ausgehend davon, ja, lernen die dann, was sind Indizes, wie kann ich mir dann jetzt so ein Portfolio zusammenstellen, je nachdem, was es zu meinem Risikoprofil auch passt. Dann zeigen wir denen, wie sie die passenden ETS dazu finden und ausfällen können. Und dann erst schauen die, welcher Broker hat denn überhaupt das Angebot, was ich haben will. So im Supermarkt kriegst du ja auch nicht überall alles. Und wir empfehlen da auch nie Broker, sondern wir zeigen den Teilnehmerinnen, dass sie erstmal wissen, was ist mir wichtig, will ich möglichst billig, möglichst viel haben, will ich Service irgendwie haben und so weiter. Und dass sie dann einfach vergleichen können. Ich meine, viele haben ja wahrscheinlich auch ein Girokonto, dann ist es vielleicht auch einfacher, einfach dann bei dem Broker dann die Pro aufzumachen. Ja, wir sprechen schon noch über die Gebühren, also dann oft nicht, wenn, kommt drauf an, bei der Hausbank oder so. Aber ansonsten, also mein Ziel ist damit eigentlich auch, dass wenn die Frauen aus dem Kurs gehen und in zwei Jahren kommt der nächste Broker und dann gibt es keine New Broker, sondern gibt es nochmal was anderes, dass sie dann in der Lage sind, das einzuschätzen. So ist das was für mich, will ich das haben oder nicht. Wir sprechen auch jetzt schon eben über das Verbot für Payment for Order Flow beispielsweise, dass die auch da schon wissen, was kommt denn da auf mich zu. Ja, also dass sie da wirklich eigenständig Entscheidungen treffen können. Eine Teilnehmerin hat gesagt, finanzmündig möchte sie werden. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, eben genug Wissen zu haben, dass man sagt, und jetzt kann ich losziehen und habe es verstanden. Wie geht ihr dann damit um, wenn es sich weiterentwickelt? Also zum Beispiel Payment for Order Flow war vor einem Jahr, sage ich jetzt mal, noch nicht relevant. Jetzt ist es ein relevantes Thema. Also jetzt in eurem Fall muss man dann da, gibt es einen zweiten Kurs, einen dritten Kurs. Oder wenn man jetzt keinen Kurs machen will, also wie entscheide ich, was jetzt wichtig ist für meine Investmentkarriere sozusagen. Weil ich muss ja nicht alles aufnehmen, weil dann habe ich ja wieder tausend Informationen, die mich dann vielleicht auch ablenken und in andere Richtungen drehen, die ich vielleicht gar nicht brauche. Also ich meine, das Ding ist auch, was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal sagen, was ist Payment for Order Flow, dass man das sowieso verstanden hat. Ich glaube, das kann auch nicht schaden, wenn man sich einen Broker auswählt, dass man einfach sieht, wo sind die Unterschiede. Und bevor die Teilnehmerinnen sich auch einen Broker auswählen, gehen wir mit denen auch in die Benutzeroberfläche, dass die mal so die Unterschiede sehen. Weil manche sagen auch, ja, mit einer App, das weiß ich nicht, traue ich mich nicht so richtig, ich will das an einem Desktop haben und dann auch mehr Ausfallmöglichkeiten haben. Und manche sind aber überfordert, wenn du irgendwie ein ETF kaufen willst und dann springen da auf einmal zehn Börsenplätze auf und du musst dich schnell entscheiden, wo will ich denn jetzt hier kaufen. Das überfordert manche auch, dann wählt man vielleicht doch den Neobroker. Also dass man einfach die Unterschiede versteht. Und bei Payment for Order Flow, ich meine letztendlich, wir erklären denen, was es ist. Und mehr wissen wir auch noch nicht. Also das wird sich dann 2026 dann zeigen. Was man ja schon sehen kann, ist, dass sich die Neobroker ja schon auch ein bisschen breiter aufstellen. Trade Republic ja jetzt auch mit der Vollbank-Lizenz und so weiter, scalable mit dem Prämien-Abo. Ja, aber dass die dann einfach dann selbst entscheiden können, bleibe ich dabei oder will ich halt zu einem anderen Anbieter wechseln. Und vielleicht noch abschließend dazu, gibt es einen anderen Kurs. Alles, was wir haben, ist dann nochmal so eine Plattform, wo die Teilnehmerinnen danach noch kostenlos mit dabei sein können, sich austauschen können, wo ich dann auch mal aktuelle News teile oder so oder meine Einschätzung zu irgendwas gebe. Und so können die dann weiterhin in Kontakt bleiben. Wie stehst du denn zum Altersvorsorge-Depot? Hast du dich da schon mal ein bisschen informiert? Ja, aber ich habe mich schon informiert. Witzigerweise, ich habe Anfang 2023 die Bekanntgabe vor der deutschen Presse moderiert mit Christian Lindner und Anja Mikos als das Thema Generationenkapital, hieß es ja da noch sozusagen, beziehungsweise ist ja ein Teil davon, bekannt gegeben wurde. Also, ich bin noch so ein bisschen skeptisch, ich bin mal gespannt, wie es dann wirklich wird. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass es dann Richtung Riester läuft, so ein bisschen, was für mich zum Beispiel eher eine Art Subventionierung von Versicherung ist, um ehrlich zu sein. Wir sind ja unter uns. Aber ja, also ich meine letztendlich, ich glaube, das ist längst überfällig. Und es ist echt gut, dass sowas kommt, weil ich glaube, damit wird schon mal die Hemmschwelle genommen, dass die Menschen dann hoffentlich nicht mehr denken, okay, Aktien sind definitiv was Spekulatives. Sondern wenn der Staat will, dass ich darin investiere, damit ich meine Altersvorsorge sichern kann, dass da vielleicht schon mal so ein positives Signal kommt. Dann natürlich, wenn das noch unterstützt wird mit Zulagen, finde ich es auch super. Aber aktuell ist es ja so, dass man sich dann sowohl beraten lassen kann, also was man in der Bank abschließen kann, als auch eigenständig machen kann. Von daher, ich hoffe, das bleibt auch so bestehen. Ich hoffe nicht, dass es dann wieder in so hohen Gebühren endet, wo man am Ende sagt, gut, dann hättest du es auch auf dem Tagesgeldkollektor liegen lassen können. Ja, das ist die Frage. Also ich habe ja da schon mehrere Videos zu dem Thema auch gemacht, kann ich mal verlinken noch. Aber da waren ganz interessante Kommentare drin, weil ich finde es grundsätzlich auch okay. Aber einer meinte, ja, wieso nimmt man nicht einfach den Freibetrag hoch von 1.000 auf 10.000? Da muss der Staat nichts zahlen dafür, sondern er verzichtet sozusagen auf einen Teil der Steuern, die er da sonst vielleicht generiert hätte und lässt dem Bürger einfach freie Hand bei seiner Altersvorsorge. Weil so ist es ja, also es sollen ja jetzt bis zu 600 Euro pro Vertrag quasi gefördert werden, plus Kinderzulagen und auch für niedrige Einkommen. Also es ist eine riesen Umverteilung wieder. Also der Steuerzahler finanziert wieder eine bestimmte Gruppe an Leuten, die das machen. Könnte man auch einfach hochnehmen. Ich glaube, ich habe, ach, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ich glaube 36 Milliarden hat der Staat bisher, glaube ich, für die Riester-Rente gezahlt, meine ich, Förderung. Und das ist halt eine Katastrophe, weil da ist so viel Geld ausgegeben worden und relativ wenig dabei rausgekommen. Und das ist halt, fände ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, ein anderer Ansatz. Da hat sich meine Meinung ein bisschen geändert in den letzten Tagen. Wäre, glaube ich, wirklich besser, wenn man den Freibetrag einfach anheben würde. Weil dann würde man auch nur die Leute, also dann würde man alle sozusagen erstmal erreichen. Und je mehr man sozusagen investiert hat, desto größer ist halt der Vorteil. Aber trotzdem, die Gerichtigvermögen werden dann trotzdem sozusagen gesteuert, weil die dann irgendwann mal halt über den Freibetrag gehen. Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen, ich glaube, da muss man so ein bisschen in Einkommensschichten mehr denken. Also ich glaube, für die Leute, die eh wenig verdienen, ist das sehr wichtig, dass die auch so eine Zulage bekommen, gerade Kinderzulage und so weiter. Und eigentlich sind das ja auch genau die Menschen, die wirklich was aktiv tun müssen für ihre Altersvorsorge. Und die es aber meistens nicht machen, weil dann natürlich auch, ich glaube, man kann es auch nicht erwarten von irgendwie einer zweifachen Mutter, die den ganzen Tag arbeiten ist, sich um ihre Kinder kümmert, den Haushalt schmeißt, dass die sich abends hinsetzt und sich dann überlegt, wie funktioniert das jetzt mit den ETFs. Also deswegen, ich finde das auch immer erstaunlich und bewundere das auch die Frauen, die bei uns in die Kurse kommen und sagen, okay, jetzt fünf Stunden in der Woche nehme ich mir da noch Zeit für. Aber das kann man, glaube ich, nicht von allen erwarten und das auch zu verstehen und das selbst zu machen. Deswegen dieser Vorschlag oder was die Bundesregierung ja auch machen will, zu sagen, es gibt was Vorgefertigtes und du sagst dann einfach, ich will das haben und kann das machen, finde ich gut. Ist für mich persönlich natürlich schlecht, weil die Leute, die wollen dann halt nichts lernen. Aber trotzdem, ich finde das total gut und total richtig und wichtig, dass man denen einfach sagt, hier, du kannst mit wenig Geld investieren und wir sagen dir halt, was da für dich das Beste ist. Und dann hoffentlich ohne teure Beraterkosten und Gebühren, sondern dass man das vielleicht irgendwie selbst idealerweise ausfüllen kann. Und das andere ist natürlich ja klar, so gerade die sehr Vermögenden, die profitieren natürlich auch davon, von der Kinderzulage und so weiter. Ja, also ich glaube, es ist schwierig, das so perfekt hinzukriegen, aber ich glaube schon, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, da muss man eben auch so ein bisschen die mitdenken, wo man sagt, das sind die, die wirklich ganz, ganz akut von Altersarmut betroffen sind. Das fand ich spannend, sehe ich auch so. Und es gab so ein paar Kommentare, ah, was sollen die 600 Euro im Jahr? Das spare ich ja schon im Monat, so ungefähr. Verstehe ich. Ja, aber es geht ja, also A geht es, also meiner Meinung nach ist das Altersvorsorge-Depot nicht als die allumfassende Altersvorsorge gedacht, die es in Deutschland gibt, sondern es ist ein Bestandteil von mehreren. Also da ist schon mal ein ganz anderer Anspruch dran. Und natürlich, wenn jemand richtig gut verdient und vielleicht auch ein sehr aktiver Sparer ist, dann sind 600 Euro im Jahr, also 50 Euro im Monat, vielleicht kein großer, wie sagt man da, Add-on, aber sind trotzdem 600 Euro. Ja, und wenn man das jetzt 20 Jahre lang bekommen würde und es vielleicht nochmal angepasst wird, kommt ja doch noch eine Menge Geld zusammen. Total. Also ich finde es gut und das streicht es grundsätzlich auch. Ich finde trotzdem nur eine gute Ergänzung, wenn man den Sparer-Pauschbetrag, wenn man den noch anheben würde, das glaube ich wäre wirklich sinnvoll. Ja, also ich meine, der wurde jetzt das erste Mal nach ich weiß nicht wie vielen Jahren angehoben und wenn man jetzt nochmal so Inflation berücksichtigen würde und so weiter, dann müsste der allein deswegen schon weit, weit höher sein. Ja, das ist auch echt schade, aber ich glaube, das sind auch alles so Sachen, die dazu letztendlich geführt haben, dass wir auch so eine schlechte Aktienkultur haben in Deutschland, weil wenig Wissen vorhanden ist und das auch meiner Meinung nach vom Staat jetzt nicht sehr gefördert wurde. Also ich finde, da hätte man auch schon wirklich viel machen können und ich meine, wenn man dann auch hört, dass unser Bundeskanzler, der mal Finanzminister war, nur auf dem Sparbuch für seine Altersvorsorge was tut, ich weiß nicht, das ist jetzt auch nicht so ein gutes Zeichen, ne? Aber es ist mündelsicher. Und es ist interessenskonfliktfrei, das ist zum Beispiel auch mal ein Vorteil. Und ein ETS auch. Ja, gut, das stimmt, aber ich stimme auch vor, der würde jetzt in, was weiß ich, in VW und Siemens und so weiter haben. Ja, man kann da schon ein ETS, also das muss ich sagen, das hat mich echt schockiert und dann denken natürlich ganz viele Menschen, ach guck mal, wenn das der Finanzminister AD sagt, jetzt unser Bundeskanzler ist ja dann, der wird ja wissen, was er da tut. Der Herr Habeck hat wahrscheinlich Intel-Aktien gekauft. Und dann die Förderung durchgefunden. Ja, also es ist super spannend, es gibt auf jeden Fall viele Fragen, die man klären soll. Und ich meine, du hast es jetzt auch schon angesprochen, für Frauen ist es halt super wichtig, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, die Gründe sind bekannt. Der Mann kümmert sich oft um die finanziellen Themen, die Frauen kümmern sich dann in der Regel um die Kinder. In alten Rollen bin ich dann unbezahlt und deswegen ist es da super wichtig. Was würdest du dann nochmal so für drei Tipps geben, sagen wir mal, an einen Mann, der jetzt zuschaut, was er jetzt als nächstes mit seiner Partnerin besprechen sollte, die vielleicht nicht so Interesse am Finanzen hat, oder an Frauen, die hier zuschauen, wie die jetzt sozusagen loslegen sollten, oder? Ja, also zunächst, was ich dazu auch sagen muss, weil das dann oft so Männerbashing-mäßig klingt, so ja, der Mann, der kümmert sich um die Finanzen und die Frau, der darf da gar nicht ran. Weil es ist ja leider, Gott, es ist ja wirklich so, und da gibt es eine Studie von der UBS, dass, glaube ich, 68 Prozent aller Frauen in dieser Studie die Befragten wirklich gesagt haben, ich habe keinen Bock auf das Thema, ich interessiere mich einfach nicht, ich will das abgeben. Und ihr habt das auch schon erfahren auf einem Event, dass danach ein Mann auf mich zukam und gesagt hat, hey, was kann ich tun, damit sich meine Freundin für das Thema interessiert, weil ich muss das alles regeln, das lässt es auf meinen Schultern. Und ich will diese Entscheidung gar nicht alleine treffen, aber sie hat halt keine Lust darauf. Also von daher muss man das ja auch bedenken, dass man da wirklich als Paar zusammen an einem Strang zieht. Ich glaube, was ganz wichtig wäre, allein, dass man mal sich anschaut, zusammen und transparent, wo ist denn unser Geld, was passiert denn damit? Also wenn das vor allem nur eine Person verwaltet, investen Namen ist das auch, manchmal läuft das ja nicht mal auf zwei Namen, sondern nur auf einen. Also was passiert eigentlich mit dem Geld? Und da gibt es, das ist auch wiederum in der UBS-Studie eine Umfrage, dass ich glaube 78 Prozent aller Frauen haben nach Tod oder Scheidung vom Partner oder Trennung eine negative finanzielle Überraschung erlebt, dass das Geld vom Konto war, dass zu risikoreich investiert wurde oder so. Und das ist natürlich etwas, was ich vermeiden kann, wenn ich mich da auch mal hinsetze und das Ganze offen lege und wenn man sich mal anschaut, was hat man gemeinsam als Paar? Und ja natürlich auch, ich finde, das Thema Geld ist eigentlich in einer Beziehung so furchtbar wichtig, weil es entscheidet vielleicht am Anfang darüber, können wir irgendwie, fahren wir, wenn wir Urlaub machen wollen, ist das ein Wochenende Mallorca im Hostel oder haben wir zwei Wochen Malediven, die wir uns leisten können? Wie sieht die Wohnung aus? Wie oft sollte man solche Gespräche führen in der Partnerschaft? Ich kann jetzt nicht von mir ausgehen, weil ich bin natürlich auch statt, aber ich finde, man kann damit schon wirklich früh starten und einmal im Jahr sollte man wirklich mal so ein großes Gespräch führen und sich das mal wirklich anschauen, gerade wenn man Kinder hat. Also da gibt es ja wirklich so viele Themen. Aber was mir auch Teilnehmern berichten, dass sie das dann auch in der Beziehung eingebracht haben, das Thema und dann abends bei einem Glas Rotwein einfach darüber sprechen und sich austauschen. Auch so, hey, ich habe da einen Artikel gelesen oder da gibt es jetzt irgendwie einen neuen Themen-ETF oder da gibt es jetzt irgendwie eine spannende Aktie. Ich finde, das kann auch für eine Beziehung sehr bereichernd sein, weil man da vielleicht zusammen wachsen kann, sich austauschen kann und sich gemeinsam aufstellen kann und sich natürlich irgendwie das Risikoprofil, das gemeinsame, das verändert sich ja auch dann zur Rente hin, dass man dann eben auch schaut, wie sichern wir das jetzt ab, was wir haben. Aber ich glaube, Transparenz ist das Wichtigste, darüber zu reden, auf jeden Fall. Und ja, wie macht man das ansonsten, wenn sich meine Partnerin nicht dafür interessiert? Ich glaube, einfach mal zu zeigen vielleicht, was bis jetzt auch passiert ist, was man da gemacht hat. Was ich immer feststelle, ist, worauf Leute immer anspringen, ist zu zeigen, schau mal, ich habe da jetzt irgendwie 10.000 Euro investiert und jetzt haben wir 15.000 Euro. Das ist etwas, das macht Spaß. Oder wir haben Gewinn gemacht, jetzt geben wir uns schön essen. Ich habe noch einen Tipp, das ist mir gerade eingefallen, was man auch machen könnte als Mann. Man könnte der Frau zu Weihnachten, steht ja vor der Tür, einen Kurs von dir schenken. Auf jeden Fall. Was kostet der denn? Der kostet 1.350 Euro. Das ist dann aber ein großes Geschenk. Das ist ein großes Geschenk, ist aber für ein Leben lang und geht 10 Wochen. Und dann hat man aber auch wirklich, ja, dann hat man auch Ruhe. Also das muss man auch so sehen, das ist dann für die nächsten 30, 40 Jahre, 50 Jahre investiertes Geld. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Ja, spannend. Ja, super. Margarete, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne. Das ist ein wichtiges Thema. Alle Themen waren wichtig. Also A, das Thema Finfluencer, Influencer. Wie kann man da gut von schlecht und so erkennen? Und das Thema Geldanlage für Frauen. Ich danke dir für deine offenen Worte und deine Ausführungen. Und gerne demnächst mal wieder hier bei uns. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, das war der Talk mit Margarete Honisch zum Thema Finfluencer. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen interessanten Aspekte für dich dabei und du hast einen guten Einblick bekommen, wie du gute und schlechte Finfluencer voneinander unterscheiden kannst. In der Videobeschreibung findest du nochmal viele weiterführende Informationen zu dem Thema. Natürlich auch einen Link zur Webseite von Fortunalista, aber auch nochmal in unserer Wissensakademie, wo du auch nochmal viele Informationen rund um die Geldanlage mit ETFs nachlesen kannst. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF.